So, was passiert jetzt? Fuck the what? Ich hab irgendwie Vermutung, dass wir nicht da hoch müssen, weil... ...da, äh, kommen wir her, ne? Nur so nebenbei bemerkt. Aber vermutlich müssen wir da hoch, aus irgendwelchen Gründen, die... ...wir erst oben erfahren, ja. ...komm ich denn an dieses Teil dran? Ja, hier ist der Anfang, sag ich mal. Oh mein Gott, das dreht sich jetzt dauerhaft. Okay, das ist cool. Das ist cool, muss man schon so sagen. Kann man zugeben, das ist doch relativ cool. Hinaufdollt. Ah, das Teil hier dreht sich gar nicht. Okay, und was bringt mir das jetzt? Ich könnte natürlich hier an den Rand. Und dann da hoch. Und dann da drauf. Das ist eine coole Kletterinlage gerade, ne? Das muss man schon so sagen. Kann man eigentlich gar nichts anderes behaupten? Nein! Das war die falsche Richtung. Glaub ich. Ich bin mir da noch nicht sicher, aber... Meinst du das ernst? No. Hey, wir haben die erste Stufe geschafft, sind nur noch fünf oder so. Siebentausend bis nach Hochradgar, wenn ich bitten darf. Ne, hier das bringt nichts. Da kann ich nicht abspringen. Das wäre schon eher möglich. Geht aber auch nicht. Okay. Das da? Na gut. Und jetzt sind wir bei der letzten Möglichkeit. Okay. Dann bleibe ich halt hier. Ja. Nein, bitte was? Wieso darf ich nicht weiter? Ach so. Äh, dahin bitte. Da hochgehe, um Port. Ähm, warum? Warum geht das nicht? Ich springe sogar höher, als das Ding eigentlich ist. Warum geht das nicht? Okay. Okay. Der Spaß hieran besteht auch darin, diese zwei Blöcke pixelgenau übereinander anordnen zu müssen. Damit man dann alle drei kommt. Und, äh, da hat irgendjemand gesagt, das macht Spaß. Na gut. So, vielleicht jetzt. Okay, da scheint's erst mal nach oben nicht mehr weiter zu gehen. Also, eine Stufe, aber dann nicht mehr. Okay. Okay. Okay, hier hinten geht's aus irgendwelchen Gründen. Na gut. Okay. Lara, ich möchte, dass du dich da drauf stellst. Du sollst nicht kauern, du sollst stehen. So, da wären zwei weitere Plattforms, an die man sich dranhängen kann. Und, wir sind auf Stufe 2. Wie viele sind's? Ich schätze von hier unten, wie gesagt, vier. Ich kann's aber auch nicht wirklich beurteilen. Vor allen Dingen ist das dann einfach nur der Rückweg, der uns ja immer noch nicht weiterbringt, wirklich. Nur zurückhalt. Dafür ist so ein Rückweg da. Das hier zu verschieben muss ich ja nicht wirklich, weil ich ja da oben dran komme. Da kommt dann Dampf, das ist nicht so freundlich. Okay, Lara, wenn du jetzt... Okay. Okay. Okay, gut. Was war das denn jetzt? Sie ist mitten in der Luft eingefroren. Achso. Äh, ja. Wir müssen vermutlich... Aua. Es war so klar. So, das da gibt jetzt plötzlich gleich keinen Dampf mehr ab oder wir können hier hoch. So. Wir sollten nicht mehr runtergeschubst werden. Und sollten da oben dran kommen. Ja, jetzt kletter bitte da weg. Und das war dann auch schon die dritte der... Ah, es sind fünf Stufen. Mindestens. Okay, Lara. Du willst dich nicht draufstellen. Das ist dir zu blöd, oder... Okay, springen willst du auch nicht? Doch, jetzt. Okay, ich nehme alles zurück. Gute Kletterpassagen bringen halt auch nichts in einem Spiel, in dem man nicht gut klettern kann. Oh, ein Secret. Ja, das war jetzt schwer. Ähm. Würde es da oben so tendenziell noch weitergehen, oder? Achso. Aha. Und ich hätte die anderen jetzt auch so drehen müssen. Und das sagen sie mir jetzt. Hey, übrigens. Du musst vollkommen durchdrehen. Das tue ich doch die ganze Zeit. Nee, aber... Äh... Im Ernst. Das sagt ihr mir jetzt. Nachdem ich hier oben bin. Wo man übrigens interessanterweise nicht mehr hochkommt. Hoffentlich kommt man noch runter. Weil das so viel Spaß macht. Ihr wartet also, bis der Spieler ganz oben ist. Wo er dann herausfindet, dass er die Dinger in eine bestimmte Richtung drehen muss. Und dann soll er wieder runter. Naja, ich hätte das Ding auch durch Zufall mehrmals um seine eigene Achse drehen müssen. Äh, können. Ja, wäre möglich gewesen. Hätte passieren können. Ich sehe die Markierung auf dem Boden, ja. Nur, ich konnte dort nicht weiterschieben. Ich muss in die andere Richtung schieben. So. Für eine Sekunde dachte ich, das hier wird awesome. Ups. Ja. Lass mich raten, es wurde jetzt ganz oben gespeichert und ich muss alles wiederholen, was ich gerade getan habe. Nee! Wow, cool. Na gut. Das, äh, freut mich. Und meine Gegner umso weniger. Achso, ich darf hier nicht mehr runter. Okay. Ah, Moment. Ich könnte... Ja. Hm. Hm. Ja, da wollte ich jetzt hin. Okay, äh, scheint aber trotzdem zu funktionieren. Immerhin. Immerhin. Da ist ein... So ein Wesen hier. Ich weiß nicht, auf welche Markierung der soll... Also, doch weiß ich. Aber ich weiß nicht, welche Richtung. Das hier war aber richtig. Ah, okay. Und gebracht... Achso, gar nix. Okay. Ähm... Naja. Dann gehe ich mal weiter runter. Ah, ja. Es gibt ja noch die letzte Plattform hier. Das muss natürlich... Dorthin. Rechts, rechts, rechts. Oder? Ja. Ja. Und welch magisches Ungetüm erscheint nun... Deine Mutter. Nein, nicht ganz. Wallhall. Wallhall. Ich erwarte ja eine... Eine Halle voller Wände. Ja. Ja. So, würde ich mal sagen, wir nehmen wahrscheinlich direkt schon mal auf Verdacht unser Motorrädchen mit. Können wir ja nicht einfach so allein draußen stehen lassen in der Kälte. In der abscheulichen, absonderlichen Kälte. Ich fahre einfach durch. Und tue so natürlich nix. Tschüss. Okay. Das führt mich dann dahin. Oh, fuck. Jetzt muss ich mit den ganzen Gegnern doch noch klarkommen, die mir vermutlich folgen werden. Ah ne, wir sind vermutlich einfach die falsche... Wir haben die falsche Abzweigung genommen. Kann das sein? Da war ja noch ein zweiter Gang. Noch ein zweiter Gang. Also nicht nur ein zweiter Gang, sondern zwei zweite Gänge. Praktisch ein vierter Gang. Also haben wir vier Gänge. Das ist doch logisch. Was ich sagen wollte, ist, da war noch ein zweiter Gang. So. Diese Betonung. Ah! Nein, er hat meinen Zombie überfahren. Irgendwo ein kleiner Junge, der das jetzt sagt. Nein! Böse Frau. Frau Kroff, die Leinen. Nein! Was? Das war die krasseste Vollbremsung, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Ich glaube, dafür ist ABS da, oder? Dass das nicht passiert, ne? Ähm, wo, was auch immer das jetzt gerade war und wo auch immer es herkam. Kann ich das nochmal machen? Das war ziemlich awesome. Was war das gerade? Was? Okay, so ungefähr. Sag mal hier so, Vollbremsung? Ne. Das klappt nicht. Chum! Chum-balam-balam-balam-balam-balam-balam-balam-balam-balam. Ha-ha-ha! Überall fliegen Blut und Gedärms. Und so. Lol. Also langsam fühle ich mich ein bisschen, äh, hin und her geschickt. Man möchte fast meinen verarscht. In diesem... Ah! Quick-Safe bedeutet vermutlich, dass es weiter geht. Auto-Safe meine ich. Nicht Quick-Safe. Er ist zwar Quick, aber das macht ihn noch lange nicht zu einem Quick-Safe, meine Freunde. Noch lange nicht. Mein Quick-Safe zu werden, muss nämlich erstmal eine langwierige Aufnahmeprozessur. Das ist eine Stange. Ich würde fast vermuten, dass es hier, dass ich hier absteigen muss. Ja. Lass gerade noch den Kerl da überfahren. Muss ich noch platt treten, tatsächlich, glaube ich. Ne, der ist schon platt. Okay, ähm... Hier ist eine Stange. Da ist ein Stangenaufnehmen-Behälter. Hi. Hi, Fan. Was? Ähm... Ich wusste nicht, dass man... die auch mit der Schrotflinte zum Zerplatzen bringen kann. Aber okay. Passiert, ne? Passiert mir fast täglich. Deswegen auch die Kopfschmerzen. Ja, ja. Ähm... Hm. Ich sehe jetzt im ersten Moment, um ehrlich zu sein, nicht wirklich, wie es weitergehen könnte. Weil da komme ich nicht wirklich dran. Da komme ich auch nicht hoch. Nee. Und, äh... Da ist nix. Ja, wir sehen uns gleich wieder.